Hallo, es ist Davies, geboren im Januar, das heißt jetzt circa 8-9 Monate alt, schon kastiert, Schulterhöhe ist 30 Zentimeter und nur 8 Kilo. Diese Woche am Mittwoch gehen wir zum Unterfriseur, weil es schon angefangen hat, aber dieser schließt noch nicht komplett fertig, weil er hat zu viel Flüge gehabt und dann gewartet. Wir haben jetzt Termin, ja, und er bekommt eine schöne, schönere Friseur. Das ist ein bisschen zu schwierig konzentrieren, weil die Katze ist schon ein bisschen laut. Mit allen Hunden, ok? Ja, ja, zum ersten paar Tage vielleicht ein bisschen ängstlich. Na ja, aber das dauert nicht zu viel Zeit, ich glaube, mit Lekkeli. Lekkeli, das ist die Magic World. Er war Strassehund in Ungarn-Ost. Oh ja, das warst du, ein Strassehund? Ja, aber du bist jetzt gültig. Davies, Brüder, 30 Zentimeter, 8 Kilo, sucht eine Familie. Bis bald!